Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 4. Januar 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1144, 1144, wie das so schön in Zahlen ausschaut. Heutigen Thema, die ich mitgenommen habe für euch. Super Deutsch, wieder zum Start. iPhone 13, U-Roadmap 22, Apple, Samsung, Elektromobilität und Ikea Symphonisk. Ich starte gleich mit iPhone 13. Und da kommen wir ein paar Zahlen raus, die von Analysten zusammengewürfelt wurden oder irgendwelche Affen zusammengetragt haben. Nein, ich möchte jetzt nicht die Leute schämen, die auf dessen Artikel, den ich euch vorlese, die Zahlen zusammengekommen sind. Aber wie immer, Analysten haben natürlich nur einen Blick von aussen und meistens oder in Fallen Apple natürlich nie den Blick von innen auf die genauen Zahlen. Dennoch gibt es immer wieder mal ein paar interessante Zahlen, die man gerne das eine oder andere Mal ein bisschen genauer anschauen möchte. Über das Weihnachtsquartal, das ist das letzte Quartal, das Jahresendequartal, wo es aufs Weihnachtsgeschäft rauf geht, ist nämlich laut dem Analysten 40 Millionen iPhone 13 rausgegangen. Das heisst, am Weihnachten und rund um die Weihnachten herum, weil dieses Jahr hat man ja ein bisschen verbreitert oder verzettelter gefeiert, sind einiges an neuen Aktivierungen von neuen iPhones rausgegangen. Das sind natürlich riesige Zahlen, vor allem im Vergleich mit anderen Herstellern und dessen dedizierten Smartphones. Das sind natürlich schöne Zahlen, ob es dann wirklich so ist und oder ob der Aktienkurs sich dann korrigieren muss, weil gewisse Analysten zu hoch gewettet haben. Das werden wir dann Ende des Quartals sehen können, wenn dann die offiziellen Zahlen von Apple da sind. Offiziell ist auch noch nicht Dinge, die U bringen möchte. Und das ist in diesem Jahr noch eine relativ verhaltene Roadmap. Doch immerhin ist ein bisschen was draussen. Das Schweizer Fintech U möchte in diesem Jahr noch eBill, automatisches Investment und Apple Pay und Google Pay bringen. Wer jetzt denkt, das letzte habe ich doch schon mal gehört. Ja, das war dann letztes Jahr dann doch nichts damit. Link dazu und nachlesen etc. Wie immer auf daily.tiktok und in den Shownotes ist das Ganze drin. Was auch noch neu kommen wird, sind die Daueraufträge. Und ich bin echt gespannt, was da noch alles kommen wird. Zumindest das Auto-Investment konnte ich bei einem Besuch in Glan, als ich U mal besucht habe im letzten Herbst, schon mal vorab in einer sehr frühen Beta-Phase mir anschauen und ein bisschen damit rumspielen. Auf das freue ich mich schon. Wer übrigens U mal austesten möchte, auch dazu geht in die Shownotes und klickt auf den Artikel. Da habe ich euch 20 Trading Credits. Aber jetzt genügend der Werbung in die Richtung. Es geht weiter mit Apple. Und auch hier wieder kommen Analysten oder Marktbeobachter zum Zuge. Es soll dieses Jahr nur so regnen. Auch wenn das letzte Jahr das erfolgreichste, oder sehr wahrscheinlich das erfolgreichste Apple-Jahr ever war, wie fast jedes Jahr in letzter Zeit, dann soll es in diesem Jahr noch heftiger kommen für Apple. Es sollen nämlich der neue Mac Pro kommen. 40 Kerne CPU und 128 GPU-Kernen etc. Das steht zumindest in den Gerüchten. Es sollen neue Mac Mini, es sollen neue iMac Pros kommen. Es sollen überarbeitete MacBook Airs kommen und ganz viel Neues. Und wer weiss, vielleicht sehen wir schon das VR- oder AR-Headset, was Apple schon lange angemunkelt wird. Und vielleicht auch das Auto. Oder vielleicht auch erst nächstes Jahr. Oder vielleicht auch gar nicht. Oder vielleicht, wir wissen es nicht. Dieses Jahr wird einiges für uns bereithalten. Also somit beginnt schon mal mit dem Sparen. Da könnt ihr euch vorgenannte App zum Beispiel helfen. Dann gibt es Neuigkeiten von Samsung. Im letzten Jahr haben sie eine Fernbedienung mit Solarbetrieb oder mit Möglichkeit von Solar aufladen vorgestellt. Kann man machen, muss man nicht. In diesem Jahr haben sie etwas Neues vorgestellt, eine Fernbedienung mit USB-C. Ach ja, kennen wir doch. Haben wir bei Apple zum Beispiel mit Lightning oder bei USB-C logischerweise. Genau. Zusätzlich hat die neue von Samsung aber noch etwas weiteres verbaut. Und das ist die Möglichkeit, dass sie die Funkwellen von Routern auffangen kann. Also WLAN-Wellen auffangen kann und die in Energie umwandeln kann. Wie speditiv und effektiv das Ganze funktioniert, weiss man nicht. Aber Samsung möchte dazu beitragen, dass die vielen, 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 vielen AAH-Batterien oder AAH-Batterien, die in Fernbedienungen drin sind, endlich nicht mehr die Umwelt belasten beim Entsorgen etc., wenn man sie dann nicht richtig entsorgt. Das finde ich auf jeden Fall eine gescheite Geschichte, wie das da Samsung macht. Generell geht auf Fernbedienungen über, die keine Batterien brauchen. Und wenn, dann nutzt Akkus. Wenn schon, denn schon. Es gibt neue Zahlen zu der Elektromobilität in der Schweiz. Die hat der technikblog.ch zusammengefasst. Der liebe Bloggerkollege hat darin die Zahlen vom letzten Jahr angeschaut. Und wenn man das so schaut, bei den Gesamtzulassungen über das letzte Jahr kamen 41% an Benzinern, 21,8% an Hybrid. Dann kommen die Diesel mit 13,57% und ganz knapp dahinter die rein elektrischen, die 13,36% für sich veranschlagt haben. Das gefällt mir, dass die elektrischen fast das Diesel überwogen haben. Ich bin mir ganz sicher, im nächsten Jahr ist es umgekehrt. Und oder wir werden sogar noch mehr Umstellungen sehen. Bei der Top 10 der Schweizer Elektroautos haben wir kurz zurückgezählt auf Platz 10 Hyundai, der Kona, Volvo XC40, auf Platz 9 der Audi e-tron, auf Platz 8, auf Platz 7 ist der Volkswagen ID.4, also schon eher ein älteres Modell. Genauso wie auf Platz 6 ist dann der Tesla Model Y. Auf Platz 5 auch ein älteres Modell, nämlich schon zwei Jahre alt, das Fiat 500, das kleine schnuckelige Teilchen. Und dann gefolgt von auch einem kleinen schnuckeligen, oder sagen wir einfach klein, schnuckelig ist er nicht unbedingt, der René Soe. Platz 3 Skoda und Platz 2 Volkswagen mit dem ID.3. Und auf Platz 2 unangefochten und mit mehr als doppelt so viel wie Platz 2 das Tesla Model 3. Das sind so die Zahlen aus der Schweiz. Da wäre mal spannend, die gleichen aus Deutschland und Österreich zu sehen. Falls da jemand was zur Hand hat, ich fahre gerade zu faul, um zu googeln, lass es mich wissen. Zu Suchmaschinen, nicht zu googeln. Genau. Weiter geht es noch mit einer kleinen Neuigkeit aus dem Hause Ikea. Ja, die haben nämlich den Ikea-Symphoniska-Regal-Wi-Fi-Speaker in eine zweite Generation geschickt. Den alten gibt es nicht mehr, den neuen gibt es für 10 Franken teureres Geld. Optisch unverändert, aber wahrscheinlich in der Inneren, oder was heisst wahrscheinlich, im Inneren aufgebohrter. So war es zumindest bei den Lampenschirmen der Fall. Ich gehe stark davon aus, dass in den nächsten Tagen dazu eine Pressemitteilung rausfällt. Und dann weiss ich auch, was da im Inneren sich vielleicht noch geändert hat. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und ich gehe jetzt schlafen. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.